Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Retrograde Arena. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abonnenten, ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo, hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu euch zu Retrograde Arena, heute mal zu viert. Ja, ich habe hier den Akaya gefragt, ob der mitspielen will. Akaya ist Rekino, für die sie sich gerade wundern, er hat schon wieder mal seinen Namen geändert. Erst war der Pixelgamer, dann Rekino und jetzt ist der Akaya. Ja, wir sind schon gespannt auf den nächsten Namen. So, wir dürfen uns jetzt alle was aussuchen. Akaya, für Armswaves gilt die Regel nur einmal pro Folge. Armswaves geht lange. Wenn schon, starten wir richtig. Dann kann er auch die ganzen Waffen mal lernen. So, bei dem Modus musst du mit jeder Waffe einmal töten, außer dem Möhr und den Accurator. Er weiß schon, wie das Spiel geht. Er hat, ja, er hat schon das Tutorial gespielt. Du musst mit sechs Waffen töten und das wechselt nach jedem Kill. Nee. Und gucken, ob Akaya es schafft, eine Winstreak zu unterbrechen. Weil bisher bin ich ungeschlagen in diesem Spiel. Nee, ich schieße mich lieber gleich selber. So, ich erkläre mal kurz die Waffe, die ich gerade habe, weil die muss man erst mal erklärt kriegen. Der Imploder, den muss man aufladen. Oh nein, nein. Trifft er einen direkt, wirst du irgendwo hingeschleudert. Trifft er aber eine Wand neben dir, dann wirst du da hinten rangezogen. Nebenbei, Selbstzerstörung und Bodyslam-Kills zählen nicht als Kills in diesem Modus. Ei, es ist Zeit zu sterben. Nein. Ich habe nicht mich selbst gemeint. Doch, hast du. Ich will nicht, aber es ist Zeit zu sterben. Ja, ich habe ihn noch reingeschleudert. Was? Nein, ach komm schon. Wer zuerst drei Punkte hat, gewinnt in dieser Runde. So, der erste Kill ist schon mal sicher. Hier, nimm die Kiste. Nö, die will ich nicht. Wieso ist er das Shotgun-Kill? Ich habe dich mit einer einzigen Kugel getroffen. Das zählt dann als meinen Kill, weißt du doch. Wow. Das ist so merkwürdig mit den Kills. Ich kriege dich. Ich kriege dich. Oh, so, ich will die scheiß Shotgun los. In dieser, auf dieser Map gibt es keinen gelben, kann das sein. Und den gelben würde man nämlich abprallen. Nee, da kenne ich mich lieber selbst. Tschüss. Oh, komm, drum. Habe ich ihn noch gerecht? Ich habe nicht noch mitbekommen. Nein. Oh, er hat mich umgebracht, nicht umgekehrt. Ich hole mir den da oben. Verdammt, der hat sich selbst umgebracht. Dann halt den da. Mann, dann bringe ich mich selbst halt um. Ich wollte halt nicht leben. Danke. Oh Gott, da snipet einer auf mich. Wieso snipet der auf mich? Ich habe dir doch nichts getan. Du warst so langsam sein. Deine Extens reicht schon aus. Wir können darüber reden, du musst mich nicht snipen. Ach ja, mit jedem Schuss kannst du einen anderen auch unterbrechen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Shotgun gegen deine Sniper schießen würde, dann würde der Sniper zurückfliegen. Wie hast du jetzt überlebt? Hast du gehört, Akkaja? Du kannst mit jeder Waffe gegen eine andere kontern. Also, wenn du dagegen schießt. Ich würde mich lieber selbst. Ich hole mir den da. Mann hört doch auf, sich selbst umzubringen, wenn ich auf euch ziele. Oh. Ja, das wird ein Ende. Du wirst sterben. Nein. Du hast dich mit deinem eigenen umgebracht. Ja, du hast dich danach noch mit deinem eigenen getroffen. Stirb. Stirb selber. Das ist der Kampf der Imploder. Den werde ich aber gewinnen. Das werden wir noch sehen. Und hier ist der Kampf zwischen den Plugs. Sudden Death. Wir haben Sudden Death erreicht. Nur noch wir beide. Das heißt, ein Selbstkill ist auch ein Tod. Was ist mit den beiden jetzt passiert? Achso. Es war schön, nicht gekannt zu haben, ne? Als ob sie reinkommen sind. Nein. Es ist so schön, dass die Map von klein war. Oh. Das war ein Underkey. Ich bleibe ungeschlagen in diesem Spiel. Ich bin der einzig wache Meister. Ich sehe die Kommentare schon wieder. Dieses Beschwerden, dass nur ich gewinne. Woll ich mich anschleichen an den Kai? Was heißt hier anschleichen? Ich nehme den einfach mit. Verdammt, der Kai hat mich umgebracht. Ich habe es dann immer mitgenommen. Ich hole mir den da oben. Der hat einen Sniper. Das hast du gehört und hast dich deswegen umgebracht, oder? Ja. Würde ich jetzt auch sagen. Zählt es eigentlich als mein Kai, wenn ich die Kiste nicht reinschieße? Das habe ich gerade versucht auszuprobieren, aber leider musste ich meinen Rückstuch dabei zahlen. Irgendwie habe ich noch den Kill für Sunny gekriegt. Wie kommt es, dass der, der angeblich hier immer alles dominiert, gerade hier ein Rückstand ist? Ich habe zwei Punkte und die alle null. Das helfe ich dir wieder nicht. Also bisher bin ich am Siegen. Das da oben sind gerade nur die Runden-Siege. Tschüss. Ja, Klaas, vor neben mir. Ja, netter Schuss. Die kriege ich, aber. Das war der Custom-Head-Sniper. Kai, ich will das einmal ausprobieren mit der Kiste. Kannst du nicht mal an die untere hier unten dran stellen und nicht mal mit der roten abschießen? Ich will einfach wissen, ob das ein Kill zählt. Ich stelle mich auch extra daneben. Wenn man das irgendeiner ausprobieren kann. Sunny, komm mal hier unten hin und schieß mal die Kiste gegen mich. Ich will einfach wissen, ob es ein Kill zählt. Mensch. Wir haben ja alle hier unten auf einem Haufen gut. Komm, schieß die Kiste gegen mich. Ich will es einfach wissen. Hat es als dein Kill jetzt gezählt? Nein. Nee, Self-Elimination. Ah, okay. Das wollte ich halt nur mal wissen. Wir müssen übrigens mal auf Akalia gehen. Der hat schon... Ja. Ach, sei es drum. Die eine Runde soll ihm gegönnt sein. Der Neulingsbonus. Aua. Ja, der Kill war mir. Ja, dann. Dann hol ich mal den da. Ich selber noch gekillte. Das Schöne bei dem Modus ist, dass man unendlich von der Waffe hat. Weg damit. Sunny, ich habe eine Sniper. Eine Machine Gun. Ja, die Sniper ist aber deutlich stärker. Das hat zwei auf einen mit der Sniper ziehen. Das ist schon ein bisschen fies. Oh, ich spawne direkt neben ihm. Nein, als ob das noch Self-Elimination war da oben. Na dann. Warum war das jetzt Akaias Kill? Ich habe mich selbst umgebracht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Man sieht schon gar nicht, wer was los ist. Ich habe den Überblick verloren. Tschüss. Nein. Nein, ich wollte es noch abfeuern. Du Dreckiger, dafür hole ich dich. Ich hole dich. Ich halte dich da raus. Nein, ich hätte ihn fast getroffen. Ja. Wieder der Cross the Maps-Name vom Start. Ja, dafür kriegt man auch einen Erfolg bei dem Spiel. Ach, verdammte Axt. Ich nehme dich jetzt einfach mit. Das will ich sehen. Ich nehme mich mit. Ja. Hat war. Nein, der hat sich noch selbst schon gebracht. Er hat sich noch selbst getroffen. Nö, ich lenke das Ding ab. Kannst du vergessen. Nein, nein, es ist so. Nein. Komm schon. Ja, ich auch. Ich auch. Ich wollte gerade auf Akaias Feuer. Wow, ich bin. Dritter. Ich bin allmächtig. Super Sizer. Super Sizer. Let's go. Keiß Lieblingsspiel. So, ein Dynamis ist jetzt ein Ding, das müssen wir kaputt machen. Und wer das Ding kriegt, wird riesengroß. Und die anderen kriegen einen Punkt, wenn sie den dann umbringen. Wir müssen jetzt zum Beispiel alle gegen Sunny antreten. Ich kümmere mich schon lange um deine Barriere, gerade zu knicken. Ich bin schon wieder raus. Ich habe schon wieder, mich selber zu treffen. Das ist aber auch deine Lieblingsans, zu sterben. Anni, ich habe was Schönes für dich. Ich habe auch was Schönes. Wieso hast du dich weggeschoben? Ach ne, warum schießt ein Accolator? Das war ich. Ich weiß, wir waren in einem Team. Warum versuchst du mich umzubringen? Hier hat er in Random geschossen. Nein, wir geben ihm das jetzt nicht nochmal. Doch. Mann. Immer muss man alles selber machen. Oh, ich habe was ganz Dickes. Ich weiß nicht. Ach, du hast einen Mirror, da man Katze Schüsse zurücklegt. Und das funktioniert super gegen Sunny. Ne, ich kümmere mich lieber selbst. Hohle die Hand. Oh. Hey, du Sacklase. Ich wollte dich nur zu übrig verschieben. Ja, Sunny, das wird nix. Mirror gegen Mirror. Das wird nix. Oh, Accolator. Das ist mal das andere Mirror Match. Komm. Nein, ich will nicht rumhüppen. Okay. Ein Accolator. Der kann wohl hin. Ja, so hole ich mir auch am liebsten. Und jetzt ist die Fantasie für die Zuschauer geweckt. Nein. Kai hat ihn. Er tötet ihn. Tötet ihn. Tötet ihn, muss ich auch ehrlich sein. Ja, ich bin schon tot. Alles liegt an der Kai. Hab nix gesagt. Ich hab mich noch weggehauen. Nein. Ich sag dir doch, man tötet sich hauptsächlich selbst in dem Spiel. Ne, Kai hat mich mit seiner Artwur weggehauen. Nein. Ich will auch. Ja, dafür muss man das Viereck einsammeln. Accolator. Viel Spaß Kai. Viel Spaß. Oh nein. Oh nein. Es tut mir so leid. Ich hab dich aus... Ja, ich hab aber Kai vorbeigeschossen. Und es ist halt so lang rumgehüpft, bis es dich getroffen hat. Ich hab dich auch nicht gesehen. Ja, so ist es normalerweise auch immer mit den Accolator. Sunny, wir glauben an dich. Ich glaub nicht zu viel, ansonsten du gehst noch als Gläubiger durch. Hallo, ich hab die Sunny Kirche gegründet. Und Sunny hat die Sunny Kirche gegründet. Auch wenn er das manchmal leugnet. Du meinst viel Spaß. Oh nein, oh nein. Auf den nutzlosesten... Ja, oder? Perfekt. Oh, du verklapp. Das war klar. Ach ja, ähm, sobald die Runde rum ist, versuch nicht trotzdem nicht zu sterben, weil man kann dann trotzdem den Punkt verlieren. Wenn man zu früh stirbt. Ich will... Nein. Ja. Jetzt werdet ihr sterben. Deter zuerst. Ich hab mir das nicht fair. Ich hab eine neue Waffe. Ich hab mich verarscht. Du bist da leider. Ja, toll. Ich hab mir den Basic-Schuss. Ich hab ein schönes Geschenk für dich. Komm her. Trau dich. No. You're trying to win. Win by absolutely doing nothing. dass er sich einfach selbst umbringen kommen lassen jetzt aber auch einmal ak ja der große sein okay kommen holt dir ich lasse es extra liegen gehe sogar auf die anderen damit sie ist die bloß nicht wegnehmen hallo lasst ihn doch auch mal haben wir noch ein paar runden ja ich bin schon tot wir beide wissen wie man sich gut selbst so bringt aber nicht überlebt wenn es eine sache in jedem game die ich gut kann man selbst töten nein ich war gerade mit dem plaudaum aufladen schade ja das war das problem aus der entfernung geht die shotgun eher holst ihr teilt den auf und los an ich habe mir die normalen scharfer dann die war afg nachher hat das teil schon ja ich habe ich selbst umgebracht aber kaya hast du tatsächlich umgebracht achtung jetzt fliegt ein eckelator rum ich sehe den wartet ich lebe noch nicht nein das ding ja weg hier hallo nicht auf mich auf den großen ich komme 1 genio saka 1 genio der eckelator hat gerade schon deine schild runter geprügelt ja vor allem der zerplatzt nicht wenn du ein schild trifft ich bin halt reingegangen den hole ich mir erklärt einfach abschießen da kann man zurück komm her ich tu dir nix alles hängt an mir nein der emploader ist halt komplett broken weil wenn man groß ist ja weil die explosion zieht einen an wenn es nicht trifft oder wenn man trifft fliegt man weg aber richtig nein sannis böse ich glaube an ich kann ich glaube an dich der selbstmörder hat einfach zwei getötet immer werde ich bitte den tod gerissen du hast mich getötet ich weiß nicht wovon du redest ich hab definitiv keinen selbstmörder begangen ok alle auf sunny der hat vier punkte was nein nein das ist es ist aber nie mehr alles auf rot genau alles auf rot genau kennen wir ja auch so monat wo das immer saßt wo das immer saßt das war eigentlich gerade nicht meine absicht so wer will gesnipet werden der da nein der wollte eigentlich nicht so jetzt snipe ich grün eigentlich sollte grün zuerst sterben so sunny wer jetzt gewinnt ne äh einfach gegen ich habe dafür gesorgt dass die winstreak gewechselt hat wie fühlt es dich gefallen zu sein fühle sich an endlich vom strom gestoßen gestoßen guck dir das video und guck wie mein charakter gerade guckt ich habe drei leute eliminiert mit basic weapons ja leute das war es mit dieser folge ich hoffe ihr hattet spaß wenn ihr ab und like verlassen bis zum nächsten mal tschüss